Die Gewürzverkäufer, die man in Indien noch findet, sind leider in Europa nicht mehr findbar. Das betrifft auch die hervorragenden Auswahl der Gewürze, die man in Europa gar nicht findet. Man wird aufgrund der Dekoration und Animation zum Kauf verführt. Diese Märkte verführen zum ständigen Wiederkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017